Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alarmstufe Rot 2. So, wir sind immer noch bei einer Verteilung sozusagen. Wir bauen nebenbei Kronopanzer. Ach, Kronopanzer. Ich sag immer Krono, Prisma meine ich. Das ist genauso wie mit der hier eisernen Vorhang, die hatten, aber ich hab Krono aus Versehen gesagt. Ne? Also manchmal hat man so Versprecher, ne? So. Können wir hier das hier bauen. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir keinen eisernen Vorhang mehr haben, ist halt schon ein bisschen einfach, ne? Also einfach, ja. Deswegen, ähm, von mir aus können die noch einmal die Atombombe werfen. Ja? Mir wäre lieber, wenn sie gar nicht die mehr werfen, aber, naja, ich glaub, da werden wir erstmal nicht aufhalten können. Gut. So. Ich würde sagen, Satelliten. Ja, komm. Soweit sind wir jetzt ganz gut geschützt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Wo mir ist, können sie jetzt langsam hier kommen. Wie gesagt, und dann zerstören wir gleich die Atombombe. Deswegen, oh, da sind halt zwei von denen, ne? Deswegen, ich werde die hierhin katapultieren. Also mit der Chronosphäre. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten müssen wir das echt anders machen. Wie gesagt, erst mit der Gewitterstation und dann, ja, hatte ich das vor, mit der Chronosphäre die Prisma-Panzere hin zu verfrachten. Äh, fünf Stück sollten reichen, hoffentlich. Ähm, ja. Gucken wir mal, ne? So. Jetzt wollen wir mal hierhin. So, dann sehen wir nämlich schon mal alles. Ähm, ich würde sagen, wir brauchen noch ein Kraftwerk. Ja, hier ist auf jeden Fall einiges, ne? Das könnte man zum Beispiel auch zerstören. Ah, da müsste man aber hier und dann da. Ja, da müsste man mehrere, ne? Obwohl mit der Gewitterstation plus Prisma-Panzer müsste das eigentlich ganz gut klappen. So. Dann bauen wir hier noch ein Kraftwerk. Die Wagen steht unter Beschuss. Achtung, Atomrakete gezündet. Reparatur läuft. Dann bauen wir noch eine Patrick-Rakete hier hin, ne? Ja, war klar. Ich sag mal so, die Schachzug finde ich echt, äh, komisch, aber okay. Produktion läuft. Reparatur läuft. Neue Bauoptionen. Reparatur läuft. Produktion läuft. Eine Patriot-Rakete. Der Wintersturm ist bereit. Ja. Wir warten kurz. Fahrzeug bereit. Einheit berichtet. Waffen bereit. Reparatur läuft. Ja, Sir. Die Abteilung ist abgeschlossen, nicht im Ziel. So. Produktion läuft. Fahrzeug bereit. Produktion abgeschlossen. So. Das haben wir dann auch wieder. Neue Bauoptionen. Ah. Ja, geht gut. Die sind auch nervig. Ich sag mal so, wenn man die selber hat, sind die nicht nervig. Aber wenn man die... Ja. Äh, wo sind die? Ah, hier, okay. Die Abteilung ist abgeschlossen. Oh. Jetzt machen wir dann so... Wo ist die Atombombe? Hier, ne? Ne? Hier, wo ist sie denn jetzt? Jetzt ist sie ein bisschen unübersichtlicher. Wo denn? Reparatur läuft. Ziel wählen. Achtung. Gewittersturm aktiviert. Ziel wählen. Wo sind die? Die. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ne. Sag nicht die Krono-Dinger. Oh, nö. Mist. Produktion läuft. Ziel wählen. Kronosphäre bereit. Achtung. Kronosphäre aktiviert. Ja, Sir. Angriff wird sich da sind. Ja, gut. Ja. Da müssen wir öfters mit der Wetterstation angreifen. Einheit bereit. Reparatur läuft. Ja, das ist halt jetzt blöd gelaufen, ne? Also, ich wollte eigentlich so eine Kombi machen mit der Wetterstation und bloß, ja, mit der Kronosphäre, ne? Aber dadurch, dass sie jetzt unsere Krono-Dingsbums, ach, Krono-Man, eben in der Krono-App unsere Prisma zerstört haben. Prisma-Panzer. Na, es hat halt jetzt ein bisschen blöd geworden. Aber okay. Passiert. Dann beim, dann gleich beim nächsten Mal. Na. Würde ich sagen. Dann. Reparatur läuft. Einheit bereit. Mhm. Mhm. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Einheit bereit. Fahrzeug bereit. Fahrzeug vorwärts. Position wird gesichert. Vorwärts. Einheit bereit. So. So. Angriff wird gesichert. Nähmert leicht. Hervorragend. Ich hoffe, diesmal klappt's. Na, so wie ich das vorhabe. Kann man rufen. Na. Wie gesagt, wenn wir die Atombombe zerstört haben, ist das schon mal die halbe Miete. Na, also mit dem eiserne Vorhang, dass wir das als erstes zerstört haben, ist gut. Na, so wie gesagt, können sie sich nicht mehr schützen. Na, so brauchen wir nur noch die Atombombe zu zerstören. Dann haben wir das auch. Und dann müssten wir das halt noch zerstören. Aber, ah, hier sind so viele Tesla-Sprulen, ne. Das ist halt das Manko gerade. Ja. Ähm. Ist ja aber so, man könnte das hier auch ausschalten, ne. Schon mal. Das wär jetzt nicht das Problem. Dann bauen wir noch ein paar Prisma-Panzer. So, da hat man das hier wenigstens zerstören können. Der Teil der Basis. Dann wäre ja auch noch ganz nice, wenn wir das hier zerstören würden. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Mammutpanzer, ne. Ziel wählen. Einheit bereit. Endkommander. Ach, guck mal. Reparatur läuft. Mal gucken, ob das dann klappt. Weil wenn wir die Atombombe auch zerstört haben, ganz ehrlich, dann können wir uns komplett auf den Angriff konzentrieren. Ach, guck mal, da ist so ein Juri. Gewittersturm bereit. Guck mal, hier ist auch noch was. Einheit bereit. Ziel wählen. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Ziel wählen. Einheit bereit. Chronosphäre bereit. Achtung. Chronosphäre aktiviert. Einheit verloren. Ah, Mist. Schade. Schade, schade. Aber ist egal, komm. Wir bauen so ein paar Chrono-Panzer. Abriss mal Panzer. Und dann attackieren wir die so einfach. Einheit berichtet. Unsere Bahn steht unter Beschuss. Feuerzone bestätigt. Waffen bereit. Einheit bereit. Angriff wird gestartet. Waffen bereit. Vorsicht, da. Ich werde auch die Panzer hier hinstellen. Gibt das mal. Neues Ziel erhalten. Ich würde auch sagen, ja, die kann man auch mitnehmen dann. Wohin, Commander? Einheit bereit. Einheit berichtet. Waffen bereit. Was man machen könnte, ist schon mal eigentlich, äh... Das könnte man eigentlich schon mal machen. Aber das ist natürlich bitter, ne? Das hat nicht so klappt, wie ich da vorhatte. Ich warte, bis er die geworfen hat. Und dann... Ach, kann sein, dass das ja auch zerstört wird, ne? Aber gucken wir mal jetzt mal. Ja. Ja gut. Der attackiert immer... Oh. Da müssen wir auch aufpassen. Ah, der attackiert immer die Waffenfabrik, ne? Dann machen wir das so. Machen wir die hier so. Ein bisschen weiter... Ah, ein bisschen weiter höher ist blöd. Ich will jetzt auch nicht die Basis zerstört haben. Na? Ah, guck mal, die haben es auch erwischt. Mist. Ah, Mist, Mist, Mist. Wir brauchen eine Fabrik, äh, hier Werkstatt. Ausfall. Einheit verloren. Unserer Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Reparatur läuft. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Kronosphäre bereit. Neue Bauoptionen. Produktion neu. Erdsammler unter Beschuss. Gestoppt. Einheit berichtet. Hervorragend. Unsere Wagen steht unter Beschuss. Reparatur läuft. So, die Werkstatt brauchen wir noch. Die stellen wir am besten hier hin. Los geht's. Los geht's. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Los geht's. Einheit bereit. Reparatur läuft. Einheit repariert. Wohin, Commander? Wohin, Commander? Position wird gesichert. Einheit bereit. Unsere Wagen steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Die Witzer Sturm, bereit. Reparatur läuft. Start klar. Einheit berichtet. Ja, Sir. Position wird gesichert. So. Reparatur läuft. Ja, Sir. Einheit repariert. Fahrer bereit. Einheit verloren. Einheit berichtet. Schon unterwegs, Sir. Einheit verliebt. Einheit berichtet. Wie Einheit verloren. Leere mich dem Ziel. Produktion läuft. Aubert. So. Warte mal, ich hab mal was anderes vor. Mal probieren, ob das klappt. Erzsammler unter Beschuss. Warte bestätigt. Time is running out. Unsere Basis werden geschossen. Einheit bereit. Mehrere Einheiten befördern. Angriff wird gestartet. Produktion lost. Stopp! Gestopft. Abgebrochen. Einheit befördern. Einheit verloren. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Gebäude verlassen. Einheit verloren. Reparatur läuft. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit befördern. Einheit bereit. Einheit bereit. Produktion lost. Warte klingt ein bisschen zu viel. Einheit bereit. Einheit. Einheit bereit. Einheit bereit. Das ist auch immer eine langwiegende Mission, da kann man auch wieder was sagen. Das ist auch immer eine Mission, da kann man auch wieder was sagen. Das ist auch immer eine Mission. Das ist auch immer eine Mission, da kann man auch wieder was sagen. Das ist auch immer eine Mission, da kann man auch wieder was sagen. Das ist auch immer eine Mission. 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 So, dann haben wir das schon mal zerstört. Das ist auch immer eine Mission. 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 Aber läuft auch jetzt. Das ist die Hauptsache. Fahrzeug bereit. Einheitsbeförder. Fahrzeug bereit. Los geht's. Einheitsbeförder. Die befördern wir nämlich jetzt erstmal. ja das mal panzer und dann haben wir es sondern kommen die idee es wieder und dann ja attackieren wir die mal wieder würde ich sagen wie gesagt hier man immer noch stören oder soll man das als nächstes zerstören ich bin aber überlegen hier ist wichtiger wie eine atombombe auch waren die denn noch mal weiß ich jetzt gerade nicht die noch mal waren die chrono legionäre gucken wir uns einfach auf jeden fall noch mal an einheizbereit einheizbereit das ist ein chrono legionär auf den hüten von einsteins chrono kann er sich jetzt halt in die gebiete teleportieren unsere basis steht unter beschuss einheizbereit gab es ja auch noch so die atombombe ist gleich wieder startbereit produktion läuft position wird gesichert produktion abgeschlossen hervorragend schon unterwegs position wird gesichert vorwärts Euer Zone bestätigt. Komm her. Euer Zone bestätigt. Wacht bereit. Einheit verloren. Einheit bestätigt. Wacht bereit. Achtung. Atomrakete gezündet. Einheit verloren. Wacht bereit. Euer Zone bestätigt. Die Basis steht unter Schuss. Einheit verloren. So. Einheit bestätigt. Jawohl, Atombombe ist auch kaputt. Einheit bestätigt. Einheit bestätigt. Einheit verloren. Einheit verloren. Oh. Einheit bestätigt. Einheit wird gestartet. Eure Zone bestätigt. Einheit bestätigt. Einheit bestätigt. Wacht bereit. so 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 Angriff wird gestartet, Feuerzone bestätigt, Fahrer bereit, Feuerzone bestätigt, Nähere nicht im Ziel, Fahrer bereit, Feuerzone bestätigt, Angriff wird gestartet. Unsere Basis steht unter Besuch, Einheit befördert, Reparatur läuft, neue Bauoptionen, Einheit verloren. So, dann haben wir das auch jetzt gleich, wie gesagt, die Atombombe ist erledigt, sehr schön. Unsere Basis steht unter Besuch, Produktion abgeschlossen, Reparatur läuft, unsere Basis steht unter Besuch, Produktion läuft, neue Bauoptionen, Reparatur läuft. Was war das? Gut. Einheit bereit, Reparatur läuft, unsere Basis steht unter Besuch, Nähere nicht im Ziel. Punkt wird er auch jetzt noch befördert. Oh nein, tschau. Hervorragend. Na komm. Neuerzone bestätigt. Einheit bereit. So. Oder? Ich habe überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hier brauchen. Ne? Na, ich denke mal unter 15 Minuten, oder? Einheit bereit. Na, gucken wir mal. Ja. Fahrzeug bereit. Ja, Sir. Position wird gesichert. Start klar. Einheit bereit. Kant. Einheit bereit. Einheit bereit. G해야 cht. Und wie gesagt, wir müssen halt noch die zerstören. Ja, nur noch ist gut, ja. Hört sich einfacher an, als sie mal dicht ist wahrscheinlich. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, komm, wir machen da trotzdem in der nächsten Folge. Weil, wie gesagt, schon eine Stunde, wo ich insgesamt hier jetzt aufnehme, beziehungsweise eineinhalb Stunden, wo ich jetzt aufnehme, die Augen spüren dann manchmal verrückt ein bisschen, wenn man sich die ganze Zeit auf eine Sache konzentriert, deswegen ich brauche vielleicht ein bisschen Pause kurz und, aber wie gesagt, ich nehme heute noch mal auf, sodass ich die alliierten Mission noch mal geschafft habe. Die Folge, die jetzt rauskommt, ist... Ich bin jetzt gerade am überlegen, Leute, ne? Wir haben jetzt... Oh, weiß ich gar nicht. Sonntag, glaube ich, oder? Ja, Sonntag müsste das sein. Ich kann mich nicht anders täuschen. Genau, Sonntag. Oder? Ja, warte mal, was? Ne, Samstag. So rum. Genau. Das ist, glaube ich, die Folge für Samstag. Ja, so gesehen, ich denke mal, die nächste Folge wird dann die letzte Folge sein. Und dann haben wir die Alliierten durch. In diesem Sinne, liebe Leute, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ui, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir wahrscheinlich die Mission beendet haben. Wahrscheinlich. Höchste Wahrscheinlichkeit, oder? Da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage so lange Tschüss und bis dann.